Das ist der dritte, gell? Ja, den hab ich auch. Das ist der vierte. Vierte? Also der hier der erste ist, wo wir jetzt sind, und das ist der vierte. Da wo das Ende einer schillernden Karriere ist, also da kannst du hin. Genau. Ah ok, da bin ich nicht, du fucking Ninja Looter. Ja, vor Leveler. Siehst du, das bleibt ein rüppelhaftes Großpaul? Ich muss erstmal die Cutscene skippen. Ok. So. Das ist nördlich von dem dritten Ätheriten, den du auch hast. Wer sagt, dass ich den synchronisiert hab? Oh. Ich dachte, du bist der gestern noch eingelaufen. Ja, bin ich. Ah, da hast du. I'm just trolling, man. I'm trolling. Ist der zweite. Irgendwas mit L. Äh, Lunia. Tun mal. Lunia Trutz. Muss mal schauen, wo die Meute grad rumläuft, weil sonst ist das echt ziemlich fäh. Na, die machen grad jetzt rechts davon, bei dem vierten Ätheriten, dann kommen sie wahrscheinlich zu dem, wo wir jetzt hinlaufen. Gut. Ich muss dann sowieso nach rechts, damit ich deine vorgelevelte Quest auch machen kann. Gut. Jawohl, stundenlang den SunTrack wieder. Yes. Der wird auch nicht alt. Sag das nicht. Ach, ach, ach. Ah, haben sie schon angefangen, die Penny. Ich bin so froh, dass man nicht ab-gmounted werden kann. Ich fand das immer geil gesloten zu werden und dann direkt zu werden. Benommen. Ouh, ja, Ouh. Mmm. Das höchste aller Gefühle. Das war so notwendig. Ja. PTSD. Hart. No, how are you dying? Maybe. Ja, jo, yes, you are. Hard. Hard. Ja, es liegt am ganzen Glück, was ich drauf hab. Ja, es wird immer mehr. Run, ja. Ja, da sind die Quests lang. Ja, ich verlaufe das. Ja, da sind die Quests lang. Ja, da sind die Quests lang. Ne Gut Wie lange ist lange? Kaush 10 Minuten Ne so lange nicht 5? Keine Ahnung 4,9 Unacceptable Unacceptable Kuma Brain Kicking in Ja Schwule ein paar Tage her What? Ja Okay No meme Ich komme einfach nicht dazu Ich komme aber nicht dazu Es ist gleich vorbei 97% The fuck is this? Duell oder? Gegen NPC? Ich glaube wir können sogar noch weiter laufen, oder? Ah, sehr schön, der ist weg und früh Good job, thank you for the OP buff, cool dude Cool dude Da kommt die Meute schon angelaufen Du bist denn im Feld drin, oder? Ne, du bist ganz so anders Ne, ich mach die Quest Ja Ja Du bist gerade am verrecken bist Ja Bisschen stark die Mops Aufsteck mit Also Ja mes Wie Das war's für heute. Oh, das ist zum zweiten Eteriten. Yay, Messpunkte untersuchen. Oh, das war's für heute. Oh. Oh, das war's für heute. Gut, ich kann auch offleveln. Auf neun. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Okay, direkt. Okay. 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 Oh, ob sie jetzt den Hill nicht abbekommen da vorne. Wir werden den Rand laufen, oder? Ja, genau. Super, beides vergessen. Wäre nicht mal stehen geblieben. Ja, genau. Never trust. Ja, genau. Wäre ich bei ihm gestanden. Generell eine recht gute Idee, mal beim Boss zu bleiben. Generell eine recht gute Idee, mal beim Boss zu bleiben. Generell eine recht gute Idee, mal beim Boss zu bleiben. Ja, genau. Fucker. Wie tut mich das jetzt hier? Nope. Ach ja, das killt mich jetzt schon wieder. Ah. Fuck. Nice. Auf geht's. Auf geht's. Also. Ja. Wie ist es? Ja, das ist. Ich kann mich nicht enschッ. Fuck you! Blitze! Yo! I'm gonna have to take a fuck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Topfit. Topfit. Jetzt ins Bett gehen, dann ist alles kaputt. Ja, du hast ja eh noch ein paar freie Tage ergaunert. 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 Also mindestens morgen noch. Mindestens? Ja. Ich weiß ja nicht, wie das abläuft. Ja, ich auch nicht. Ja, nicht mal die Ärzte wissen das. Die haben eh keine Ahnung. Ne. Die Gesprächsstunden helfen auch noch weniger Ahnung. Sprechstunden. Hilf weh. Geschmarr. Geh. Medizinischen Angestellten. Cringe. Mörderer also. Mörderer. 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 Ist auch so ein Mörderer. Mörderer. Bin ich. Ach, man hat das nicht weg sein. Mörderer hat das nicht weg. Nein, ich habe nicht recht. Mörderer. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ein kritisches Gefecht ist ausgebogen. Ich hab dich schon angemeldet. Ach du hast schon. Ich hab dich schon angemeldet. Ah okay. Geh. Ach er ist Blutwurst by the way. Hm, Blutwurst. Disgusting. Geil. Na, ich bin kein Vampire. Bist ein Veganer oder was? Mhm. Mhm. Erstmal eine Kaisersemmel. Genau. Ich bin kein Galea. Die Emperor Semmel. Sache ist Glutwurst. Oh, join. Sogar recht voll da drin. Gucken wir, gucken wir. What now? Oh, I don't know. Ah, doch. I don't know one. Geht's schon los? Nein. Das ganze Backen hier erstmal einladen, um es zu werfen zu klicken. Mal so. Hat jetzt schon wieder meine Gruppe aufgemacht oder was? Ja. Fein. Du. Snoopy Poopy. Ist ein fetter Rögerin. Jep. Disgusting. Der Typ ey. Degenerate as fucks. Da ist noch einer. In. Da ist noch einer. Da ist noch ein Fischer. Oh, der Fischer. Oh, der Fischer. Err. Guck. Err. 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 Es ist gut, dass es hier auch Steine gibt. Steine? Ja, stimmt. Das ist sehr gut. Kieselsteine. Ah, die stehen bei uns drin. Kann es sein, dass ich Agro habe? Nee, gut. Mit Leid. Fuck it. Wir müssen erst den Dude fehlen, stimmt. Gut, dass wir den ganzen Burst in den Vogel gehauen haben. Oh du Wichser, voll in die Fresse. Westwind, Wind aus dem Westen. Wack, Baba. Wack, Baba. Alter, was are you doing? Alter, schnell! Links Salve? Na ja. Harter Schnabel. Boom. Voll in, best in Schnabel. Hm, hm, hm. Ja, bleh. Ik vind hem nu. Ne, ist Free Damage schon, mein Schild popt. Bleib ich stehen. Das sollte Free sein, by the way. Ja, genau. Danke. 3000 MP, bist du debat. Das ist total dumm. Ja, das ist total dumm, find ich auch. Weil wenn du's verkackst, hätte ich aber einfach die Ability drücken können und den Damage gemacht und so hab ich gar nichts, außer ein bisschen Damage mitigated. Na ja, leisten. Kannst du auch einfach ein Krieger sein und Bloodwetting drücken und dann haltst du dich einfach voll. Und das kostet fuck all. Ja, ich bin nicht Jelly. Tintenstammel. Ich muss den Scheiß jetzt echt killen. Fuck it. Ja. Who the hell fed the Scorpion? Wasn't me dude. Wasn't me. Ich wusste nicht, dass man den füttern kann. Fuck it. Leute, der macht richtig Damage. Aufschließen. Der Typ ist tot, man. Sick guy. Nein. Wow. Wenn er nicht vollgehalten worden wäre, wäre er jetzt tot. Ich hoffe, das bringt was und das ist kein fucking waste of time. Wow. I got wiped by the big Scorp. Big Scorp. Oh, alle 3 Sekunden Tankbuster. Wie geht? Weg ist er. Ich entspotte den nicht, ey. Vergiss es. Und? Und? Nothing. Ach du kacke. Fucking waste of... What are we doing here? Waste. Waste of waste. So, links oder hoch? Hoch. Ich geh zum Eteriten, port mich zum vierten. Wo ich dir die Quest abgeben muss. Du kannst ja beim Hauptmann des Widerstands vorbeischauen, was auch immer das ist. Also das... Die Fate in der Mitte. Ah. Ah, yes. Das ist vorbei, bis ich da bin, weil die alle so schnell sind, die Ficker. Schon. Hate'em. Ich halte mal das automatisch frei. Ne, Mann. Mit Geschichtswortschritt. Ich weiß nicht. Ich befürchte nicht und dann sind wir wieder gerackt. Weil wir keine Ahnung haben, wie das funktioniert. There are too many systems in this game. Das ist so ein Ding offen hier. Oh, Grot Oktober. Let's go. No. I'm gonna fucking die. It's the finest Chocobo. Chocobo, der alles explodieren lässt. Yes. He eats and deletes. He he. Usha. Ja. Weit Level up. Kugas. Uh. Hui. Ich hab auch schon wieder ein halbes Level gemacht. Mehr sogar. Wahnsinn. Bist du dann A080? Ja. Und du? Auch. Nein. Yeaaah. Buddy. Waiting for Pepper. 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 Oh, oh, Hank. Komm rein! Bitch! Kunging! Deutschland! Bueter-Hankcock. Hancock-Bandle. Koff. Time to face the murder Murder! Oh, Tuchita, sonst wo Conchita wurscht Conchita wurscht, Tsunami Breeze Ah, die ist cute, nimm's rein Ah, die ist schon in einer anderen Gruppe Verdammt! Ah, rein hier! Accept! Accept! Ja, die That's cute Gross Lady Maria X Jo boi, einziger Healer Ja, hat fun Ja, werde ich Samu Oh, ich muss mit Lady Maria tanken Oh, ich muss mit Lady Maria tanken Ah Kuming Geil Die Gruppe ist voll dumme Make it bigger, better, stronger Verdammt! Warum spielt jeder DD Weil... Ah, Redmatch, Gottseidank Redmatch dabei und noch nicht Wie Lexi Oh, ich stöme da auf Freedom Ja, genau, machen Sie Hörer, 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 Schöler Du hältst doch noch Triss, Hörer, Triss Du Noob! Gebleed! Wie genau, Gebleed! Noob! Good old days. Du nicht, aber alle anderen. Ja, don't care. Bruder, Meteor. Schokobusch, Litzau. Genau. Meteor. Aber wohin? I don't know. Oh. Haben wir ein Stickmarker denn mit dir, oder? Oh, ja. Wenn man nicht laufen mehr? Ja. Boah. Ich sehe nur noch, hier wer ist. Ja. Ich habe mich vorgehalten, mich trotzdem verreckt. How? Keine Ahnung, ich bin mitten in der Gruppe gestanden. Kann sein, dass ich einfach nur wenig HP habe, oder so. Und kein Schild. Ich habe das verschollene Protest nicht aktiviert, glaube ich. Ja. Das umkillt mich alles. Big mistake. Ja. Das heißt nicht umsonst pro. Oh. To go for charge. Fuck. What's going on? You assholes. No. Fucker. Ja. Good. I made it. Made it. Made it. Come on. Weil sie einfach alle Heal-Codons raus sich haben. Drop him. Drop him. Who could? Ich mach mein Chocobo Brot und dann den Oktober. let's go oh shit so fucking meteors man ich bin tot ja ich auch er hat mich deletet und ich weiß nicht wie fucking bird gold gold ist steinaura haut so was kommt jetzt zuerst der ist der deckmarker oder und dann die meteoriten ja genau die kommen im urzeigersinn auf beiden seiten gleichzeitig ok so das wird gerüst ich gucke dir einfach zu ok ehrenmann oh was ist der phoenix wieder hab ich keiner mehr schon gewastet oh der koktober kill the bird kommet kill it die verstorbenen retten beide kommet alter rennen ich brauche jetzt ein schild sonst geht doch nix das ist der bestienkönig ok boah schild auf oben äh ich kenne sie nichts das x steht für sex ja x steht für kum die 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 Kastrum? Oh ja! What? What? What Kastrum? Ja, kannst du mich dafür anmelden? Nö. Puuu. Dann gibt es erst der Bleib 10. Wipp. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Ich weiß grad nicht mehr, wie der heißt, aber das ist der, wo Elidibus halt diese ganzen Krieger das Licht zu ruft und wir durch die ganzen Gebiete laufen. Das war's für heute. 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 Das ist der Panther, der mich vorne auch schon gereckt hat. Scheiße. Kapitän. Und was gibt es bei dir zum Abend? Keine Ahnung Ich weiß es noch nicht Ich habe auch nicht mehr viel da Okay Wahrscheinlich Nudeln mit Tomatensoße und Oliven 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 Zeparilla Olivensoße da Ach du hast schon angemeldet dafür Smart Nö habe ich nicht Doch Kampfübersicht Teilnahme bestätigt Ja Eins von eins Das ist der eine Dude Der sich da sofort reingezwingt hat Kau Gewaltsame Arbeitsniederlegung Gewaltsame Arbeitsniederlegung Schmeiß dir das Regal um Schmeiß dir das Regal um Dodo Gama Dodo Gama Guter Name Bro Dodo Gama Dodo Gama Dodo Gama Dodo Gama Dodo Gama Hulles fucking Trigger Come on pop the shield man Coward Jetzt schlägt er mich wenns Reg ist Dodo Gamas Dodo A Dodo Gama Ruf Dodo Gama weiter das macht ja so schnell lassen sich ganz schön zeit die arschwächse ja dodogoma kommt ja wohl ich hab's am mount erkannt we are safe ich brauch keine Hilfe oh no trust easy das hat trotzdem an mir damage gemacht als an dir obwohl ich nicht mal drin stand ach du kacke oh noch ein heiler geil das dukken ja ich will dukken dukken Break the shield. Break the conditioning. Ich mach mein Alex Jones-Mock. Ja, Rue-Gardine, oder? Rue-Gardine. Nenn ihn Alex Jones. Lauf vom Alu-Hudu. Ja, Donald Trump aber auch Rue-Gardine. Ja, stimmt. Der Donald. Die sind die größten von der Wahnsinnigen. Ich geb dir mal meinen Schilf. Ja, geht nicht. Keine Ahnung. Warte doch. Wär schon gegangen. Dann hatte ich keinen Coole. Setsch. Ich könnte mal aufhören, extra Aids hier reinzubringen. Ist ja furchtbar. Jemals. Und... Blonk. Da? Hat sich doch gelohnt. Jiri. Ein Morgenstern. Ist ne coole Waffe. Ein Morgenstern? Ja. Weil du tut richtig weh. Ja, das ist ein Punkt. Wir müssen uns porten. Zum Plan B, ja? Oh. Ist schon wieder so ein Roboter oder was? Jep. Du Motherfucker. Nur Arbeitsvorbeigabe hier. I respect it. Boah, jetzt haut er noch ab. Kannst du den Baden einladen? Bin schon dabei. Cheryl, Iblis, Iblis, Elvis, whatever. Ist das denn schon ne Gruppe? Oh. Cool, er hat mich mal ein Rob gebackt. Ups. Gehirnschüttler. 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 Genau, ihr Schweine. Mir das alt hier ran schwatzen und dann haut er wieder ab. Oh, what? No, 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 no. Schnell, schnell, weg, 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 weg. Registrieren. Im Schatten von Modell X. Oh, ist das nochmal so ein Roboter? Der ist brutal. Was? Ah, du bist da oben, okay. Ich hab uns angemeldet. Gut. Jetzt gibt's noch so'n Roboter, der auch nochmal die Matheaufgaben gibt aus dem Raid. Oh nein. Warte, ich hab mein Spreadsheet nicht offen. Hahaha. Matheaufgaben. Mit meinem Moddy. Fuck Mathe. Fuck Mathe. Komm, ich... Mit den Versorgungskissen. Das wegt. Ich nicht. Ich geb meine natürlich ab. Es gibt nämlich mehr AP. Okay. Wah. Hm. Gonna invite every loss, motherfucker. Warte. 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 Wartex the big. Ey, Aki, der Augusta noch schon da. Yeah. Aki. Aki. Cherry Zombie. Das ist ja schon ne Gruppe. Mirai Honey. Pass auf. Ah, das ist die andere Gruppe. Drei Tanks hier. Yo. Und keiner hat nen Tank Stance an. Hahaha. Hahaha. Cowards. Uh, ich werd gebufft. Nice. The Vartex, the big, bufft uns alle. Wer glänzt nicht? Der buffende Krieger. Bit weird out there. Boah, du hast so viele Buffs. So nice. Gab's nen Schlund auch. Aber es war nen D-Buff. Hahaha. Schlund wurde es einfach irgendwann umgebracht, wenn du zu lange drin warst. Genau. Guter Konten. Das ist nämlich fun. Das ist voll fun. Ja. Wenn du aufhören musst, wenn das Spiel sagt, du hörst jetzt auf. Weil sonst einfach instant tot bist. Haha. Clever. Na, da müssen wir jetzt gleich viel laufen. Babelabab. Ja. Wir geh'ns. Fuck. Stand falsch. I'm a dead dead dead. Herz. Ja. Hiss. Gut. Hey, du lebst noch. Na klar. Ich hab gesprintet. Ein eischern. TBN OP. Das ist der mit der Matheaufgaben. Anweisung folgen. Knack sonst wo tot. Okay. Ich fahr' ich jetzt. Vier. Was muss ich machen? Eine Primzahl sein. Zwei. Äh. I guess? Muss man drin stehen bleiben eigentlich schon, oder? I don't know. Fuck, alter. Du Idiot. Nein. Shit. What? Oh, ich hab's geschafft. Ach das. Ja toll. Also man muss drin stehen bleiben. Also man muss drin stehen bleiben. Ja, aber ich wurde einfach raus. Ja, das ist ein Debuff. Geist, Geist Lenkung links. Ja, ja schon, aber geht das automatisch los, oder nur wenn man sich bewegt? Das geht, wenn die Zeit abläuft, geht das los. Ja toll, dann fucked. Durch vierteilbar. Ja. Fucker. I'm wrecked. Schaff' ich nicht mehr. Oder? Maybe? Yes, good. Gut. Dann abfuck, ey. Was für Assis, ey. Machen wir den scheiß Matta-Pass hier rein. Fucker. Das ist nicht das Problem, aber der Movement scheiß. Was soll das? You gotta anticipate. Sie sich genau wissen, wie weit ich da lauf damit. Damit ich ja in dem Feld lande. Also mit Sprint kommst du eigentlich immer wieder rein. Ich hab's zumindest zweimal geschafft. Ich, ich, also ich bin verreckt, weil ich am Rand war. Mhm. In den Rand gelaufen bin. Ach, der macht das vorne und hinten. Ja. Oh, Tank müssen wir sein. Ja, sind alle drei tot. Die anderen zwei Kartoffeln sind sogar sofort gestorben. Naja, die machen das für uns denn. Wir kriegen trotzdem die volle Vergütung. Mal sehen. Weil genauso ging es mir gestern auch. Da bin ich alleine gewesen, konnte nicht in eine Gruppe rein. Und bin an dem scheiß Boss verreckt. Wenn du dich nur einmal erwischt, drückst du dich halt weg und dann bist du tot. Ja. Boah, der Ninja müsste man sein mit dem Port. Das ist ja Pock. Oh nein, Alter, warum willst du mich denn resten? Oh nein, Alter, warum willst du mich denn resten? Ich hab Erfahrung bekommen, warum? Bekommen? Ja, ich hab 33.000 XP bekommen. Warum auch immer. Äh, nee. Ja. Easy. Stop, you asshole! Ist aufregend, ne? Fuck, ja. Limit Break. Jetzt, Junge. Ja, hab ich noch nie gemacht. Shit-ass-Cock! Ja, hab ich noch nie gemacht. Ja, hab ich noch nie gemacht. Ja, hab ich noch nie gemacht. Ich hab auch 883 bekommen. Okay, gut. Dacht schon. Ja, warum? Selbst das? Halt, 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 halt. Heretik. Erediger. Gut. Was machen wir? Zurück ins Nichts. Alaga. Alaga. Bozja, bozja, bozja. Ja, bozja. Bozja, bozja, bozja. Wow. Trotzdem 200k. Oh, ich kann leveln. Leveln! Kriege. Gut. Kriege. Kringge. Machen wir das Feld auch gleich da unten. Wie Sandra Luperkarl. Oh my god. Sandra. Sandra Luperkarl. What is this? Rogal. Das ist junger Palliser. Next quest. Plan Gabor. . 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 Okay. 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 Gefecht. Perifuult, das faule Gemüse. Ah, die Scheiße schon wieder. Was ist drum, Larkus Littore freigeschalten? Ja, finally. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Ich sprühe da gar nicht rein. Doch. Doch. Registrieren. Ist das eine rote Aura? Nope. Das ist eine blaue Mikote. Mit roten Haaren. Blaue Mikote. Ja. Kannst du diese Nacht-Nikoten schwimmen? Ja. Ja. Ah, Zauber ist die Buffs drauf. Ich erwarte noch eine Minute. Why? Damit ich mir Buffs draufhauen kann. Die mich vielleicht mal länger überleben lassen als eine fucking Fähigkeit. Ach. Hm. Ja, das ist eine Without tenemos. Folge. Wiss истории. Stimmt. 그리고 Hola, 77 mal. Wie ist es? Ich weiß nicht. 근데 dass ich so sie einfach đi und kippen convey. Ja. Und wenn du dein Haus mit ihm Qual ten, Ah, Niri ist diesmal auch dabei, okay. Niri, Niri, Niri. Kiri, Kiri, Kiri. Der Spargo ist das. Ja. Do you get it? Nee. Me neither. Ich wechsle einfach jedes Mal das Element durch. Weiß auch nicht, was das ändert, weil die Herzen sehe ich ja, aber die anderen? Ach, die Flächenattacke, die er macht, ist der andere Schaden oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was die daszent Guter parkiert. Nein. Vielen Dank. You're a weird dude. TBN is the anti-magic shell, I love it. Stimmt. Jeez. Do it. Wie kann man den retten? Wie kann man den retten? Wie kann man den retten? Mit TBN habe ich auch nicht geträgt. Wie kann man den retten? Wie kann man die撃thuinen? What do you want? Ich glaube, ich mich will. Ich habe etwas kaç před MAS Step. Aber ich würde es noch nicht mit diesen Liedern kann man das Kollagen aus. Ja, bude! Ja, bude! Bye! Ah fuck, ist fast vorbei. Ah fuck, ist fast vorbei. Boo, booyah. Ah fuck, ist fast vorbei. Ah was? Ah fuck, ist fast vorbei. Ah fuck, ist fast vorbei. Ah fuck, ist fast vorbei. Ah pissen. Ah fuck, ist fast vorbei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 HILLARY CLINTON Ach, hahaha Ja, weil ich mich beschissen hab damals in dem... Das hat dir sehr bereut und ist mir auf den Orden nachgeholt Insurrectionist Accelerationist, insurrectionist, terrorist Ja, genau Every ist on this planet True Trueist Trueist Na ja, wrongist Pureist Was ist das Gegenteil von pureist? Du und pure? Ich weiß nicht, ey Degenerate? Nee, ganz sicher nicht Weiß noch nicht Das braune Bunny Girl spricht auch in der Sprache Ja und was? Ja, aber die Cat-Garrily ist okay, oder wie? Ja Ja Okay, nice For now For now The T.O.S. might change Ja, lieber froh, dass ich wie so'n... ...vollkommen gestörter Lala-Feld-Pedo bin, der irgendwie alle angrebt Ja, dazu werd ich noch, keine Sorge Ich komme wieder, keine Frage Ich komme wieder, keine Frage Ich komme wieder, keine Frage Ja, Alter, das ist mal fett Ja, Harambe, lass mich mal in Ruhe Das ist mal eine fette Affe auf mir Immer In jedem Game Ja Die könne ja nichts Nee Aber mir hat ein Sackchen Das hat sich das gemerkt Das ist Retribution Harambe Retribution Harambe Retribution Why are you dying? Oh, schaas, mate Ja, Alter, das ist jetzt mal fertig hier Ja, Alter, das ist jetzt mal fertig hier Ja, Alter, das ist jetzt mal fertig hier Du, Mother-Drecks-Mob Wie lang geht die scheiß QA noch? 40 Sekunden, oh? Ja, oh Ja, ich trete mal bei Die XP kriege ich schon oder so Abfällt mir die so oder so? Nee Aber er hilft ja nix Oh, Katzen Ist das jetzt der Raid oder was? Ja Ja, oh verdomme Es wird geradet Es wird geradet, boys Geradet wird jetzt Geradet Geradet? Geradet, ja Geradet Geradet wird Wittnet Es ist ein Raid Aber keiner kann sehen, dass ich verkacke Weil wir nur drei Leute in der Gruppe sind Mwah Bellissima I love it I love it What is this? I love it Wie, drei Leute in der Gruppe? Ja, nur du? Also ich habe Agency oder was? Alter, geil Das sind sogar noch zwei Weil Ayakure Iljima nicht angenommen hat So, komm Run What? Okay Run, dude, run Follow them Run, boy, run Be the Gobbo you always wanted to be 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 So, wie geht man hier rauf? Was, dann musst du hier Cool Ich mag das Sound, Sound effect Das ist mein neuer ASMR Ich muss mir hier Sneaky Breaky machen, oder was? Alter, what the fuck? Bin ich hier aber brechig? Ah ja, da bist du Ach, wir müssen auch... Unten muss auch jemand sein, okay Tja, wer geht runter? Willst du oben oder unten fighten? Ich würde unten fighten, ihr gefällt es mir nicht Okay Hier? Boom Bottom 4er That's your problem No problem Kollege stirbt da oben schon Bidin F- K- Und jetzt? Bidin, ihr turn Bidin 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 Hehehe Bidin 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 Sleepy Joe Stop yelling, I don't read it I yell as much as I want Du brüllst hier rum I don't know I will die Drillt der jetzt oder nicht? I don't get it Ah, der ist verbündet da Die Maschine gehört uns Ah cool Friendly Fire Ah, der Aki-Tay Jawoll Der Typ, der keine Ahnung hat Fuckchall Why do I have not more HP? Run! Fuck! Run, Koi, run Oh man, I'm gonna get wrecked Wollen wir da reinstellen oder nicht? Wollen wir da reinstellen oder nicht? Seems like it Ne Ne, muss man nicht Warum habe ich damage bekommen und er nicht? Hä? Ich stehe genauso wie er Ja, okay Ja, okay Achso, wir müssen Oh, ah, okay Ich mag, wie das Ich mag, wie das Du Tron Nicht beim Boss steht Ja Leider muss man das Verkasten, wie es geht Ich will mich nicht zu den Dingern hinstellen, genau Ah, man muss wechseln, okay Okay Okay, er macht schon Gut Komm, noch eins Ja Easy So Ah, cool Wieder eine Mechanik gelernt Wirst du noch brauchen, das gibt es bei Titania Extreme auch Was ist das Soaken? Ja, das äh Das abwechselnde Tethers nehmen Pfff Als ob das eine Tankmechanik ist Aua Du Voller Tankhain, ne Können wir das soaken? Da war ich ja keine Ahnung Muss man? Muss man anschauen Nee Nee, wir sind gestorben Ich glaube, wir waren einfach zu wenige Oh, fck Okay, aber das muss man uns erobern Gute mal Whip Wir waren gerade zu dritt drin, wenn ich aber trotzdem gewonnen hätte Trotz schnitt Is this a red mage? Why are you not dressing? They never do Oh, tell us Tethers, tethers Tethers Ja, komm Raid mage, hast du mir Und rest den anderen, gut, jawohl Ach, das ist auch ein Raid mage, ja nice Kettenreaktion Ah, we're fucking wiping Nein Kann ich die Maschine hellen? Fuck no Nee Uff Ja 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 ich will nicht sterben nein Halt dich gleich naja gut schluss oh my god oh my god any Sokas? super Soka yeah yeah nice stop dpsing okay oh okay 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 so okay 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 Nein. Boom. Kann die PS mehr? Nein. Der Typ hat gesagt, nope. 0,1%. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Wow. Wow. Deswegen wohl nicht, ne? Sick. Sad. Top way too slow. So, gleich wieder da. Mhm. 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 Krass, haben die Damage so verkackt? So. Wir müssen ja echt alle tot gewesen sein. Und dann stoppen. Ja gut, dann fresse ich kurz und dann können wir weitermachen. Joa. Gut. Mhm. Ja, barrieren. Ja, wobei. Ich kann da in den Fels rumstehen und trotzdem essen. Hehe. Ja, gut, dann fange ich morgen, ne, bin ich morgen, ne Stunde früher in der Arbeit. Yeah. Für nix. Ja, nice. Stunden, ne, sammeln, ne. Also du kriegst die Zeit schon angerechnet, oder nicht? Nö. Geil. Ja. Love it. Naja, okay. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Kommt drauf an, wie gut die die letzten Tage verdient haben. Ob wir uns das leisten können, dass ich extra ne Stunde da bin, oder halt nicht. Vielleicht kann ich auch ne Stunde früher dann abhauen, wer weiß. Du bist halt auch zu teuer. Ähm. Zu krasse Fachkraft kann man sich nicht leisten. Naja. True. Ich mein, die Toxicity bringt nicht jeder. Ne. Es ist special. Hahaha. Gibt sonst keinen, der dich in der Arbeit in der Midlife-Crisis stürzen kann. Und deine Existenz hinterfragt. Hahaha. Nur bei mir. Ich mach das sogar umsonst. Echt wertvoll, ja. Mhm. Mere hours, millions will quit. Hahaha. 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 Ein Opfer. Dein Gott der Arbeitslosigkeit. Hahaha. 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 Alter, das wär geil. Hahaha. Das Biergott. Ich werd wie so'n... So'n Prima, ey. Hahaha. Hahaha. Ja, das ist halt der Typ mit dem Entenkopf. Der Entenmaske und dem Anzug. Oh, ja. Herz 4 und der Tag gehört dir. Und der Tag gehört dir. Und der Tag gehört dir. Inder Pizza und Bier. Hahaha. Ja, das bin echt fast ich. Nur... Ist bei mir Pizza und Maske. Nur ohne Bier. Ja, genau. Ich hab auch schon... Ich trink auch fast gar nichts mehr, aber überhaupt nicht. Ich find's auch nice. Ja, das war jetzt meine nächste Frage gewesen. How do you feel about that? Sehr gut. Na dann. Keep going. Ich will jetzt öfter an die und umso mehr, glaub ich. Das ist doch nicht dein Problem. Nö, stimmt. Hahaha. Doch, wenn ich über die Bierkassen falle. Ja gut, dann. Aber dafür trägst du ja Hausschuhe mit Stahlkappen und so. Ja, Stahlkappen noch nicht, aber wär ne gute Idee eigentlich. Ja. Oh, Stelzen. Mit Stahlkappen. Oh, nice. Hot. Oh. Oh, kriegt man den Panzer auch hier? Hmmm. Ne, ich glaub der ist aus Alexander Savage. Oh. Oh. Ja, ja. Oh. So schwer konnte es doch nicht sein. Alles klar, Bro. Registrieren. Okay. Bestie aus Eisen. Oh, was ist das denn? Okay. Dude, wo ist der Tag hin? Ich bin seit 10 Stunden wach. Mhm. Ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Peach geguckt. Haha, das ist aber nichts. Ja, aber der Typ frisst schon viel Zeit. Mhm. Ja, das war's. Dramatische Rücken. Okay, das ist nicht über das. In Boschia ist nie eine Sau aus Moogle, fällt mir auf. Immer Cerberus-Spriggern, Omega, viel Omega. Yuna Plaza. Ich hab Wallrape mit. Was? Keiner aus Moogle? Ja. Hier ist nie einer aus Moogle. Wilderspear Massacre. Ja. Was ist eigentlich das Blumen-Symbol? Hm. Neben den Namen. Wiederkehrer. Also da ist... Ich mein Chat. Das ist ein Chat, die lila Blume. Keine Ahnung. Rein. Rein, rein, rein. Drei Tanks, ein Heiler, was? Vier Tanks. Musst vier Tanks heilen, du. Jo. Immerhin sterben, Bennet. Ha. Ah, ihr Wichser. Oh, ich schon. Ja. Haben wir einen Red Mage. Ja. Theoretisch. Die Rest sind immer, hab ich gehört. Ja, ich werd anvisiert. Gut. Seh' ich das richtig. Ja, seh' ich. Aber genius. Uh. Intuitiv gedodged, mal wieder. I love it. Ja, der Boss wird nur viel jester, Alter. Ja. Es ist gonna be over. Ja. Es ist gonna be over. Au. Ja, der Wow Brain, genau. Wie, es gibt nen Rand? Hä? Ich hab auch nur gesehen, dass Leute da hingelaufen sind, da mitten... ...mit schon stimmen. Ich war mit Carsten beschäftigt. Ressen und so. Ressen. Katula. Uh, yeah boy. Und den fresse ich. Genau. War echt zu langsam mal. Oh, hasard schlacken. Sind doch alle tot? Jetzt kann ich mich retzen. Fucker. Wow. Too slow. Oh, ich seh' nix. Hier. Hier ist safe. 100%. Ah, jetzt wechseln sie wieder die Arschlöcher. Wo rennt ihr hin? Ah. Deleted. Jiedet. Enteleted. Ist immer so geil. Was? Wo rennt ihr hin? Und dann, pff, tot. Ja, da bin ich ja hierher gelaufen. Ja. Und dann bin ich natürlich... ...auf einer halben Stärke gewesen, wo ihr eigentlich schon wart. Und dann was over. Was natürlich suboptimal ist, weil da wo ich war, war es einigermaßen okay. Aber mittendrin, so halb, halb bis halb, bin ich natürlich wieder tot. Todeszone. Aus der Hölle. Stop shooting your fucking laser! Alter, da hat nur mein Arsch angesengt. Good tip. Good tip. Und dann... Kaum 11%. Wenn man 20 mal stirbt, dann lohnt sich's gar nicht mehr von... ...vom Frontwissen. Deshalb nimmt man den Rest einfach nicht an. Nee, mach ich jetzt auch nicht. Nur wenn der Wapnade stirbt. Oh Gott, wie gelten wäre ich jetzt ein Worrying Selfie. Fucker. Yeah, buddy. Ich bin aber selten. Cooler Fight. Kommt man nebenbei sogar essen, passt. Ich hole 20 Mechanics aus, wenn ich drinstehe. Ich bin Tank. Stimmt gar nicht, die anderen sind verreckt. Ja, die haben halt 5 gefressen. Das ist doch blöd. Ja. Great job, Ol. Stop lying, you mother fucker. Wow. I'm not mad! You are mad! Bozja. A test of your reflexes. Nice. Oh, läuft schon die nächste. Die nächste Anwaltung. Boah, das erste Mal, dass ich immer eine Gruppeneinladung ablehne. Wow. Das tut weh. Ja. Die müssen wir einladen, der könnte ein guter Spieler sein. Wer? Der abgelehnt hat. Ich will essen, bis er nachgibt. Mhm. 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 Weg vom Italien, ihr Penner. Oh, er hat sich verklickt. Ja. Der Dude, der mir eine Einladung abgelehnt hat. Jetzt hat er gesagt, sorry, ich werde gerne messen ab. Ah. Ah. Wow. Ah, yes. So nett. Voll nett, ja. Oh, nice. Sorry, sagt er. Mooda. Ich glaube langsam, dass die meisten Leute ihren Healer einfach in Dungeon leveln. Ja. 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 Nicht in Bojja, wo du von ihm scheiß gewonshotlet bist. Ach. Jetzt sei doch nicht so eine Schmollwurst hier. Nee, nee, ist schon okay. Ist schon okay, war nur eine Feststellung. Mhm. Eine wütende Feststellung. Gewaltsame Arbeitsniederlegung. Hm. Der Bojja. Hancock. Ja. Hinsing heißt er. Wie lange war der letzte Kastrom? Der erste Boss 1st Boss 1st Boss 1st Boss 1st Boss Wie lange war es? Yes Stop shooting at me, you motherfucker I'm Kaster, I can run all the time 1st Boss Asmongo hatte voll recht alter tanken ist fucking awesome Und wenn du nicht weißt was irgendeine Ability macht, er macht TBN, easy Jetzt mal wenn die Bubble popt, stirbt George Floyd, nice Was, was Bubble pop? Ja? Die stirbt, du mal Was, Blimey Oh 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 The Hup-hup-hup. Bevor wir dann Donga laufen, musst du mich daran erinnern, ein neues Poesie-Steigen hier zu kaufen, für Level 80. Ja, so toll, App ihn, frage ich hier eigentlich. Passt schon, ich versuche mich selbst daran zu erinnern. We sind sie. Wo bin ich? Oh no, Register. Spatoy, der Gefürchtete. Spatoy. Ja, der heißt so. Spatoy. Der Spatoy, der Gefürchtete, da fürchtet sich doch keiner vor bei dem Namen. Spatoy. Spatoy, ja. Der wie ein Kinderspielzeug. Jetzt Toy von Hasbro. Hasbro. Hasbro, ja. Hasbro. Habe ich früher oft mitgespielt, no surprise. Wie konnte er gar nicht so viel lang vertreten würde. Hot Wheels hattest du wohl auch, oder? Ja. Ja, gut. Aber hauptsächlich von meinem Dad, ich selber habe vielleicht 10 neue oder so haben wollen. War der jetzt nicht so... Nee. Der Geier drauf. Ich hatte viel Lego und Playmobil-Shield. Und Bionicles und so Zeug. Ja, Bionicles. Ich auch. Oh fuck, Alter, der kippt mir jetzt. Na doch mal. Cool. Bionicles waren super. Die habe ich immer an... Also ein Kumpel von mir hat dann so ein... Ja, nicht ganz Hochhaus, aber schon so ein hoheres, höheres Gebäude gewohnt. Und dann haben wir da immer Plastiktüten an die drangemacht und die wie so Fallschirme runterfallen lassen. Jaja, das habe ich auch gemacht mit meinem Nachbarn. Das war voll geil. Ich dann. Oh Mann ey. Aber wir hatten nicht so hohe Gebäude in der Umgebung. Hm. Was auch cool war, wir haben die... Ähm. Also es gab manche Äste, die... Die kann man ja so wiegen. Und dann haben wir die wie so ein Katapult halt nach oben geballert. Das war auch nice. Ah ja. Good times. Wie viele Polykristalle hast du eigentlich? Polykristalle. Ja, Borgia Polykristalle. Ah fuck, ich muss ja anmelden hier. Uah. Ah, beitreten. 20 Sekunden noch. Die Maginette verpassen. Oh no. Oh no. 3 Sekunden noch. Ach krass, wir haben immer noch eine Gruppe. Ungewohnt. Oh no. We need healing. We need healing. Das packst du schon. Äh. Nicht wenn ich da und durch bin. True. Get good. Get. Good. Get good at Redfrying. Don't know what it is. Ich denke, was kämpft für mich überhaupt. Zerk. Zerk. Hm? Die laufen alle? Ah, okay. Fucker, Alter. Fucker, Alter. Heathers. Äh. Heathers in alle Richtungen, du. Ah gut, ich hab nix drauf, ne? Aber das ist easy. Ich auch nicht. Don't care then. Mhm. Man sieht so aus, als ob man die in die Mitte ziehen muss. Good. Noted. Das ist halt echt ein Hydralisk. Durchstoßer. So nenn ich mal Power Move auch immer. Haha. Durchstoßer? Ja. In meiner Hand des Hasses. Hahaha. Bin ich getettered? Nee. Get that shit away from me. Der killt dich jetzt mit seiner Ability. Die Hände. Ja, die Hände. Maybe. Ja. Ah, die Weißen sind noch da oder wie? Das lässt mich als... Oh, okay. Du hast mich nicht mehr auf. Oh, okay. Du hast mich nicht mehr auf. Oh! Die Blackest Night. Pfff. 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 Alright, und dann ist es jetzt hier. Wie. Yeah, boy. Got it. Türkische Resonanz. Die wollen wir aber nicht haben. Die ist da. Tut mir leid. Ne, dann kommt die Hand des Hasses. Ja, wo ist der Dome? Ich bin getettered. Nein, ich habe einen weißen Tether. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt schon. White Tether. Why is it sometimes so white? Jetzt denke ich mir über Menschen auch. And sometimes it's not. No, I grabbed mich jetzt. Ah, ich auch. I dodged. Doch, meiner ist noch weiter weg. Kann man nicht dodgen. Nee, die spawnen aber irgendwann. Ich habe mich trotzdem angefasst. Oh. Warum sind die Vangas? Warum kann ich ja... Alright, boys. Could I have a rest, please? Für drei Milliarden Geld schon. Weil der erst geborene ist schon. Ja, was für mich mit dem Kind. Das kostet mich ja nur Geld. Kannst du einen Menschenhändler verkaufen. Vorher. Na gut, wie viel bringt das? Darf an. Was für eine Hautfarbe das Kind hat. Echt? Mhm. Ja. Kennst dich da aber aus? Also, eine kalifornische Schwule älter zahlen für ein asiatisches Kind schon ein bisschen was. Crazy. How do you know? Ähm. Serien. This is most suspicious. It should be. Wir sind echt mit dem Pulk unterwegs. Voll nice. So planst du also dein Reichtum. Ja. Menschenhandel, ey. Now we know. Wir können in Vietnam verkaufen jeden, den ich sehe. Verkaufen alle Menschen, die... Ich bin immer zu den Straßen leer, weil ich alle verkauft habe. Ja, dafür sind andere Straßen voller. Oha. Und ich reiche. True. Und für's verkauf ich die Händler auch noch. Andere Händler. Ja. Jetzt denken sie wie ein echter Moloch-Anhänger. The real Moloch-Experience. Du Bossier-Wurm. Wow. Du experimentelle Panzerwaffe. Ja. True. Big true. Kann ich mich identifizieren mit fast wie ein Attack-Helikopter. Identifizieren. 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 Boll, ja. Wow. Fuck man. Fuckin' casting. Schon 7 Uhr. Oh no. Have all the aggro. In the world. Ja. Du schlägst daran, dass keiner die Ficha angreift, sondern nur die Waffenteile aufsahnt. Jupp. Ich wollte der Einzige, der Spaß hat. Ja. Einfach regnen. Registriere mal lieber du. Du Dredou. Oh. Ich bin illegal. Auf was? Beides. Nein. Kastrum. Muss man machen für die Kurz. Nachrücken. Beginn mit 10 Minuten. Achso. Also können wir jetzt schon joinen. Okay. Ja. Müssen wir aber noch nicht. Oh, ich kann auch schon ableveln. Theoretisch. Und rein! Oh ja, stimmt ich auch. Ne, Kastrum geht noch nicht. Ne, Kast... Rote Meute geht. Magst du die Rote Meute machen? Ne. Gut. Dauert zu lang. As soon as we're done with the Chocobo. Chocobo. Also machen wir die Rote Meute doch? Ne, geht nicht, weil wir beide nicht gestritten sind. Okay, fuck it. Oh, 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 oh. Are we going to the Kastrum? Yes, yes we go. Frontsplitter, ich hab so viele. Aber ich würd gern wissen, welche nützlich sind und welche halt Trash sind. Oder ist das wurscht? Äh... Bledar? Ne, ich weiß ja nicht, was der Unterschied ist. Also... Denk schon, dass da verschiedene... Belohnungen an die einzelnen Typen gebunden sind. Aber ich weiß nicht welche. Warte, wurde aufgehoben? Die Gruppe hat sich geändert. Muss nochmal registrieren. Ja. Weil jemand gelieft ist. Selfish Idiot. Ja. Ja, der will den Meteor halt machen. So, jetzt bring mal ein Geschirr mal weg. Jep. Kastrum, Kastrum, Kastrum. Damm. Ja. Der war doch so dumpp. Naoslöcher. Das war's. Äh, weißt du, was mir grad auffällt? Was? Wir haben nur noch 14 Minuten in der Boscher Südfront. Oi, wei. Äh, ist das... Ja, das, äh... Aber wenn wir im Raid sind... Ich hoffe, dass das, äh... ...dann was anderes ist. Dass das dann separat ist, ja. Ansonsten... ...lead and delete. Was denn? GG... So lang sind wir schon hier. Ja. Bestimmt 3 Stunden jetzt dann. 3 Stunden und 2 Level. Oh, I hope. Okay, passt. Passt. Warte, warte, ich bin Spielerlevel up. Ne. 81 halt. Okay. Stop hitting me, you motherfucker! Ah, dann kann ich endlich meine Relicquests annehmen für Dank Knight Faulkers. Oh, Vito. Das wird mega aussehen. Oh, Vito. Das wird mega aussehen. 82 bin ich jetzt. Ja? Cool. Ja, klar. Und ich krieg kein Cancer, weil ich jetzt eben schon 10 mal laufen musste. Nice. Sooo schlimm, oder was? Sooo schlimm, oder was? Ey, guck mal. Nur am Kompli. Ja. Komm. Ja, die Jungs schaffen das ja schon. Ich geh jetzt mal zu Castro. Bye. Have a good time. Bye. Du schaust noch Miel aus. Ein, rein, rein, rein. Ja. Und du? Bist rot. Bist immer gut. Wurde schon eingeladen. Caduceus Reaktor. Schon in der Gruppe. Simona, we going up or down? Bro, I don't know. Up and down. Up and down. Down is my liver. Da weiß ich was da ist. Kind of. Down. Nur ein Tank fucker. Ich suche schon noch Tanks. Das ist ja nix. Oh, mit. Haben wir den schon? Ne. Es sind jetzt auch nicht so viele Leute im Moment. Ah, du. Nein. Oh, die sind bottom. Okay. Dann sind wir top. Okay. Okay. Well, well, well. Time to fuck it up. Okay. Wenn ich jetzt oben ziehe immer schwieriger. Ja. Dark, Decay, Night. Nice. Der Typ Main Tank hier oben. Äh, wo ist der? Ich will ihn einladen. Oder ist der schon eine Gruppe? Fuck. Pull at 19. Oh fuck, aber es ist heiler. What do you mean pull at 19? Mustin ist tanking. Oh my god. Okay. Can we go? I guess. Let's go. I guess. I guess, ja. Elektroamboss. Wo ist der? Ah, da hinten hat sich jemand gekillt. Fucker, was ist das? Wurde hinterlaufen? Ja. Wurde hinterlaufen? Dann ziehe immer wieder. Okay. Das ist immer gut, wie jemand weiß, was gleich passiert. Das ist immer gut. 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 Oh nein. Okay. Das ist immer gut. 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 Das ist immer gut H apostles. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Hast du mich geraten? Wir müssen auseinander. Unverwundbar? Okay, der Hund, ja. Nur der Hund elated damage. Aber der andere ist auch noch unverwundbar. Aber der Hund, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, I don't know man. Tja, I don't know man. Tja, I don't know. Was ist hier jetzt? Nix. Ich will keine Gefangenen mehr, die gerettet werden können. Gibt dann das Buffs oder was? Oder gibt dann das mehr Zeit, wenn man Gefangene rettet? Dann haben wir schon eine Zeit. Ja. Mehr Communication als in jedem LFR oder sonst Trade, in dem ich jemals war. Das stimmt. Wir machen die Leute halt ihr Maul auf. Und können halt irgendwie Englisch. Mentor. Mendoor. Mendoor. Mendoor Chat. Hier ist nix. Cowards. Mendoor Chat. Mendoor Chat. Mendoor Chat. Mendoor Chat. M gigabytes. Mendoor Chat. Mendoor Chat. Die du die Leute domestic谷 zu werden. Sieht auch immer für mich. Schaus oder sieht. Mullовать Chat. Ein Ding. Das war's für heute. Da liegt jemand tot. Wie lustig hier wär. Ich sehe halt keinen Anhaltspunkt, der halt aus der 5000-Kanon mit roten Punkten ist. Hast du froh, dass du überhaupt roten Punkten hast? Oh. Oh. Stachel! Schockstachel. Das ist meine Spitze. Ich hab gerade geschockt, wenn sie den Stachel sehen haben. Ja. Okay. Mein Mighty Rogue-Stick. Keiner retzt den oberen. Ja. 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 Ich will nicht arbeiten. Ja. 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 Ich will auch nicht hingehen. Ich will eigentlich nur ewig lange schlafen wenn ich jetzt an das Bett gehe. And nicht aufstehen, das wär ja nice. Oh, you're tired. Nee, ich bin eigentlich nur generbt, weil ich noch arbeiten muss. Wieso? Und das Bett ist mein Zufluchtsort. In dem ich bestimmt drei Stunden lang Leute beim Jump King failen zusehen werde. Ich liebe es, es ist herrlich ey. Man sieht richtig wie insane die werden nach 10 Stunden. Zauber Spiegel. Fuck up. What's going on? Okay, die explodieren bestimmt und die werden dort weggenommen. Ja. Alright. Also kann man hier runterfahren. Da beim Rats zu landen ist schon insta-dead. Und jetzt muss man mehr? Wieder hier. Oder? Kringe! What is this? I don't know, man. Willst du zurück das? Ja. Ja. Oh. Frisch gerät sind wieder tot. Nein. Bestimmt auch. Blitz Artillerie. Oh no. I'm gonna get roasted. TPN! Ich mag das, das ist echt wie Anti-Magic-Shield. Keine Ahnung, drück's einfach. Richtig hart. Richtig hart. I don't know, but I just have 40. Oh shit. Oh, jetzt bin ich tot. Wie das? Ich hab sogar noch meinen Magic-Shield gegeben. Sick. Ich hole ihn auch noch. Fucking weak potato. Dann. Ich bin mein Trank-Highlighter. Wah. Definitely. Höh. Ein einziges Stunt. Ja, ich werd Tornado'd. Ich seh's. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich bewegen, Chesslinge. I'm stuck. Ah nee. Kommt der nächste. Stunctus. Numinus. Geiler Boss. Super. Super, ja. Koppeln, koppeln, koppeln. Ja. Verdankt mein DPS. Mein Mana ist empty als meine Balls. How can this be? Was? Dein Mana niedrig ist als seine Balls. Ja. Das ist nicht möglich. I don't know, man. Was ist jetzt damit? Es kommt blau und lila und dann? Tibian. Du fucker. Du Bug-Bugdad. Ich wurde geblitzt. Ja. Er hältst du schon aus, bis der Tank. Nope. Oh, wir werden fucking wrecked, dude. Ja. Okay, we're wrecked. Woah. I love it. I got wrecked. Shit, hätte ich mal TB eingedrückt. Ja. Du hast aber noch genug Zeit jetzt. Ich bleib liegen, bis die Phase vorbei ist. Ah fuck, okay Meteors. Shit. Ich kann er retzten. Nee. Dann kommt der Sturm wieder im Weg. Help. Hm, Glitzer, Monka S. Muss mal rauslaufen, gell. Psalm 41 0000 A. Gleiserski. Ich bin einer mitten Gruppe unterbauen. Was ist doch Mist. Bist du. Die Warmdung ist schlafen. Die Waffe ist fast. Stopp-moving und stop-attacking. Belektar. Die Waffe ist jetzt auf... Das ist Nobody. Du hast zwei Sekunden. Ich fahre, ich caste und bin... Wie, ich fahre, es castes? Geht's um die Koblen oder was? Boss-Casting? Ja, apparently. Was ist jetzt? Was wird jetzt gecastet? Zaubersynthese. Jetzt wird Blitz gecastet. Blitz und Eis. Was wird das denn? Ja, jetzt hat er vorher gecastet und wir haben es nicht gecheckt. Ja, nochmal. Bisch an's Werk. Fuck... Fuck... Erdrammelig. NOOOOOOO... Buh... Wut haben wir gar nichts mehr gemacht. Wut haben wir ja gewissene Musik. Wir sind nicht der Schlüssel. Also, wo ist das denn. Wir haben ja auch den Schlüssel geklärt. Wir sind hier nicht mehr zu, wie wir sind. Halleluja! Halleluja! Woher du looted? Personal loot? Oida! What is this? Ist das hier World of Warcraft oder was? Gerne! Woher? Woher? Per so gut! Woher Münzen! Ich hoffe das gibt gut XP Jawoll! Das ist der Mannlie-Mandeville-Dude Send Bruder Oh no! Oh god! Oh fuck! Look at him! He don't want to! Ich will das machen wo ich nichts machen muss! Und was machen wir dann? Keine Ahnung! Umlaufen und sterben! Und take Dawson the entire fight Dawson Okay Das klingt nach genau das was ich haben wollte! Sure! Don't move! Don't do anything! Don't know! Don't touch! I'm using a Duit-Halt-Corp! I'm getting out of it! So good! Watch out for the pounce! It's oriented to the way he faces when he jumps! Plus pounce! Not enough information but wait! I got it! Of course! I got it! I got it! Plus- und Minus-Symbole oder was? Oder ist das ein Plus-Symbol im Kopf und der chargt Leute an mit seinem Jump? Ignorier das Plus und lies nochmal! So verstehe ich das nämlich! Fuck das Plus! Watch out for the pounce! Ja okay! Ja das ist eigentlich relativ klar, dass er da hinspringt wo er hinschaut! Ja gut! Ja! Ein Plus! Und schon! Schon bist du in disarray! The man is ruined! Ein Plus! Ja schon! Dachte das halt gewollt was der da schreibt! Aber ne! Ich denke aber die Leute sind dumm und das ist das falsch! Ich nicht! Ich denke aber die Leute wissen irgendwas was ich nicht weiß! Jeder Sturm! Achso das ist da worden! Okay passt! Tankt denn schon jemand? Gramps! Ja! Luminkat hängt die! Ah! Fuck! Glammer 2 ist der Ex gefressen! Ehre! Ehre man! Nur wegen dir! Damit du auch was zu heilen hast! Danke! Fuck! Run! Ich bin echt weniger am heilen als am retzten muss ich sagen! Oh das finde ich gut! Heftiges Schütteln! Oh jetzt jumpt aber stimmt der! Ja! Jetzt! Fuck! Ausstoß! Oh das macht keinen Schaden mehr wenn er nicht steht! Okay! Woher ist du? Oh! What the fuck! TBN! Gut vor! So schnell bin ich auch wieder nicht eh! Du Wichser! Und da macht er Feuer! Okay! Nice! Boah 1000 Frontwissen verloren! Du Arsch! Du Arsch! Okay! Was ist das? Du Arsch! Oh my god! Oh my god! Pfff! Du Arsch! Du Arsch! Wichser! die leute laufen weg ach wir bleiben hier gut na dann so, Elts die getethered sind die 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 oh fucker Voll hart O.M. Voll hart O.M. Okay, plus, plus. Cool. Yeah. I don't get it. Ich hab mich jetzt an dich gehalten und ich hab genau halb so viel AP wie du. Also ich halte genau halb so viel aus wie du. I don't fucking get it. Warum macht er Feuer und... Ach, fuck, Alter. Also bei dem einen macht er eine Linie, beim anderen macht er einen Kreis. Oder wie? Aber wir sind doch bei einem Kreis gestorben. Nee, mich hat die Feuerlinie gekriegt zweimal. Der schießt dann in vier verschiedene Richtungen. Und bei dem anderen hat er diesen Kreis, ja. Aber woran ich das erkenne? Pfuh. Okay. Okay. Wir brauchen... Schluss. Also unser White Mage kennt sich ganz gut aus, also... Aber warum ist das? Jetzt macht er Feuer? Ja ok Ach, macht er Feuer plus oder wie? Ach klar Mad Gut, got it Und? Wie geht's? Oder was macht's? I don't know Ich hab's zwar gerade überlebt, aber ich weiß es noch nicht ganz Wieso? Ich check nicht, was die scheiß Symbole bedeuten Das ist mein Issue Wie ich das jetzt überlebt hab, weiß ich auch nicht Ich denk mir halt, dass er So ein Plus macht, da wo er das Plus Symbol ist, wenn er hinspringt Und bei meiner macht er einen Kreis, wo man ihn dran stehen muss Ich hab da kein Plus gesehen bis jetzt Es gibt doch Kreis und Plus Symbole, da wo er hinspringt Ich sehe den kleinen Kreis, ja Aber sonst sehe ich da nur diese komische blaue Leiste, die Mal mehr drin ist und mal weniger Die gibt's auch, ja, stimmt Ja, das ist jetzt ein Kreis Okay, da ist ein Plus Genau Okay, du musstest ja wahrscheinlich merken Und, ja, und Genau Wo springen wir als nächstes hin, ist die Frage Die sind nummeriert Die sind nummeriert Eins, zwei und dann drei, vier Das sind die blauen Dinger Die, diese Leisten Springt er zu drei Achso, das ist die Oh, Gottsegen Ja, ja Oh Mann, ja geil Ich bin schon verrückt Okay, got it Ja, und das Plus ist genauso wie er da steht Jetzt verstehe ich's Also genauso wie er da steht, wird das Plus am Boden geformt Ja, stimmt Ja, stimmt Also nicht Motherfucker Ich bin echt oft gestorben geworden Fucker Please be over Please be over Oh my God Das war klasse Wow, das hat 100k Dinge gegeben Äh Frontwissen Oh, nein, ja dann Jeder Tod worth it Boja Münzen Was ist das? Let me leave in shame Let me leave in Shayne. Hahaha. Shit. Ich kann mich grad vor wie Preach mit dem Scheiß-Raid. Mhm. Fucking wreckish. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Don't hurt me, Koto. Don't hurt me. Das ist so ein hässliches Schwert. Ja, da fehlt irgendwie der Griff und so weiter. Das ist halt nur ein Stück Metall. Du willst die Königin wachen, ne? Ja, das ist so... Ja, das ist so... Ja, das ist so... Just kill her, bro. I don't negotiate with terrorists. Ja, das ist so... Ja, das ist so... Das ist so... Ja, das ist so... Das ist so... Ja, 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 das ist... Ja, das ist so... Ja, das ist gut. Vielen Dank. Das ist ein fucking Creeper. Das ist ein fucking Creeper. Das ist noch 10 Minuten Zeit für die Boschia Südfront. Wäre auch selten, wenn das mitten in der Cutscene einfach abbricht. Das ist ein fucking Creeper. 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 I should have just shot her, man. Easy. One bullet. Nice. Bye. Nice ice. I'm surrounded by idiots. Oh, man. Nice. Nice. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jetzt wurde sie erschossen. Gott sei Dank. Based Crocodile Man. Bavari. Noch fünf Minuten, ja krass. So lange im Bosch ja gewesen, ey holy fuck. Ja, noch länger, oder? Also noch mehr als drei Stunden haben wir nicht irgendwie Pluszeit bekommen, oder? Ja, stimmt. Das ist nur eine Täuschung. Imbrate plus, ja. Oh, mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und, nicht vergessen! Vielen Dank. So, jetzt mal genug Boschja für heute. Ja, ich muss jetzt auch ganz dringend auf Toilette. Gute Idee. Ditto. Gut. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018